Willkommen zurück bei Youtubers Live So, wir sind ja noch im Apartment Äh, wo bin ich denn? Restaurant Okay Das lädt noch hoch Ach stimmt, ich muss ja das machen hier Spaghetti Streifen, Gewürze, Bezebrasse und Speckstreifen Kochtipps und Fritteuse Ich habe aber keine Fritteuse 52 Euro Oh Gott Geh mal arbeiten Ja, wir quien Wir brauchen erstmal ein bisschen Geld Wie viel kostet die Miete? 320 Oh Gott Miest, Miest, Miest Erstmal ein bisschen schlafen So Und Essen Hamburger Die haben wir ja übrigens gestohlen von Burger Queen So Arbeiten als Kellner Ziehen Leuten die Geldersaucentasche Und jetzt arbeiten wir als Nix Nix da Warten Warten mal kurz Warten mal kurz Okay Von dem haben wir noch nichts gemacht Das haben wir schon Okay Das ganze Zeug haben wir schon Dann können wir das mal verkaufen Dann können wir das mal verkaufen Das ist null 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 Oh Da muss ich mich beeilen Wir brauchen Geld Wir brauchen Geld Wir brauchen Geld Schlafen Ein bisschen schneller Nicht einschlafen Hier beim gehen So Arbeiten als Kellner Mal wieder Was? Ich liebe deine Videos Thomas Aber dein Zimmer sieht zu leer aus Ich habe ein paar Sample Objekte Die gut zu dir passen würden Ich passe Will ich nicht Okay Jetzt haben wir es Gut gut Dann machen wir jetzt das Video Neues Video Mit Rezept erklären Anfängermesser Und kleiner Topf Wunderbar Alles klar Alles klar Wollen wir wieder aufpassen Ich werde mich alles drücken Ich werde mich alles drücken Sinnlos Wir müssen ja gucken, dass wir hier die ganzen Punkte kriegen Was machen wir denn da? Das da Das Das Der ist Der ist hier Oh, sehr gut Jetzt brauchen wir noch grün Ha! Wir haben es voll Sehr gut Das ist cool Das ist cool Toll Ha! Jetzt haben wir kein Ding mehr Oh Mann Ich weiß gar nicht Ich weiß gar nicht wie das heißt Wieder Essen das Machen wir so und so Das reicht Und rendern Hochladen Hochladen Gehen wir mal schlafen Und essen Kann ich mal was trinken kurz? Oh ich hab so Durst Ich weiß gar nicht, hört man das wenn ich trink Das ist peinlich Das ist peinlich Ha! So Machen wir ein Video Machen wir noch Kochtipps Anfängemesser Und die Pfanne Oh leck Lecko mio So So Wieder aufpassen hier Also Das da brauche ich jetzt nicht mehr so viel Ja Grün und Lila brauchen wir Da warst doch schon Ja Sehr gut Jawoll Das da Nochmal grün, komm Scheiße Ah es geht Was soll's ne Ok Dann Videos zusammen schneiden Da Ja Ja Ah Ah Es geht so nicht ne Machen wir es so Dann so Äh Äh warte mal so so ja irgendwie geht es schon ja fast alles voll krass ja cool die miete zahlen gehen wir mal arbeiten als Kellner jetzt ist es gezahlt und wir haben Geld was ist jetzt los oh ne Computer ist kaputt oh ne wir gehen jetzt mal schlafen nö kein Bock warte mal schön mal Hashtag wir trinken jetzt mal einen Kaffee einen Kaffee to go ok dann gehen wir mal einkaufen geht es noch oh es geht noch geil superfood dann kaufe ich doch jetzt mal Sandwich Sandwich essen und dann gehen wir mal zu Burger King Queen nicht King Burger Queen nein will ich nicht noch mal Eventbegleiter und dann gehen wir schlafen so was haben wir denn hier Steinpilzbacke gewürzt mit Speckstreifen und Champignons ja machen wir das geht ok Rezept erklären Anfängermesser Rezept erklären Anfängermesser genau wunderbar dann machen wir doch mal das schöne Video oder Wartezeit bevor du mit dem kochen fortfahren kannst der ist hier die Böhrchen grün das nein oh man das nervt nervt ok du probierst das Gericht das du kochst und das ist Köst jetzt kann man nicht mehr entscheiden hier was nehmen wir denn da hier das da das da und das schön dann mal schön zusammenschneiden jetzt nehmen wir noch ein bisschen Zeit ganz in Ruhe cool passt doch neuer Rekord hey cool 80 Interesse ist es schön das freut mich schon mal hochladen du musst schnell was essen Sandwich machen wir mal neues Video und machen hier nochmal Kochtipps genau nexus das da äh das da das hier das oh sieht gut aus äh das da oh es war gut das war knapp alles klar ja bitteschön so was da mal so so und so nichts rot ist gut rendern und hohes interesse oh geil wieder neues neuer rekord krass der computer raucht immer noch wir müssen immer ersetzen können wir arbeiten gehen ne doch Zeitung machen wir halt das ja komm rein zack ok erstmal mal ein hamburger der steck wunderbar wieder alles voll da können wir arbeiten gehen berger queen jawoll zack haben wir schon 140 geil nochmal arbeiten event begleiter und schlafen zack 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 ok sonst gehen wir mal ins restaurant oder nee nee will man nicht pff ich erst stets mal neues rezept hier ne warte mal neues rezept vegetarisch spaghetti mit pilze und kein apfel hühnebrust nee was kann man denn noch nehmen ich weiß auch nicht pilze sonst nix oder was ja dann nicht aber es geht aber speichern neues video spaghetti salat zack machen wir doch das mal wir müssen ja ein bisschen was machen damit wir geld bekommen ok du hast die falsche zutat du depp obwohl der depp bin ja ich ne weil ich bin ja das äh hier das war mal langsam wieder grün ok dann passt es jetzt bauen wir rosa ja passt äh nochmal rosa und grün und wir haben sie überschritten ne noch nicht jetzt haben wir es ha wunderbar und zum schluss nochmal winken wie immer ne wir winken immer in den videos so freischaltete inhalte alles da neues video kommt jetzt muss man ein bisschen aufpassen hier äh bbbbbbbbbbbbb wie mach ich das jetzt das schmeißen wir aus das auch mach es gleich so 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 und so genau okay trotzdem hoch hochladen und neues video was 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 also so umhüpft keine ahnung warum ich springe ich so schön bin so schlau bin so schlank es war schlecht improvisiert aber egal ich wollte eigentlich traumschuss der preis nachmachen ich bin ich spiele hier lila das da mal grün 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 das da eine zutat fällt auf den boden ok es war noch richtig gott sei dank ok nein wir haben kein ding mehr scheiße egal ist wurscht so dann ging ich anders ja kann ich ja nicht ich habe kein geld wir schlafen jetzt mal essen können wir bestimmt salat essen oder ne haben wir gar nicht schlau unbegrenzt rot 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 und arbeiten als fachkraft genau die diese hallo thomas wir von car5 würden uns freuen wenn du ein kochtipp video für weizenpailia mit creme konsistenz und schwarzer pfeffer und sebrasse aufnehmen dabei war man das mikrowelle finden können das gut ist mache ich mal ganz kurz gucken wie viel krieg ich dafür 192 uhr alter das machen wir doch da müssen wir erst mal drüber schlafen was war das noch mal kochtipp und mamas mikrowelle ok ne kochtipp anfängermesser und mamas mikrowelle machen wir doch das mal dafür geld kriegen hallo wir brauchen geld nach dass ich nicht drücken sollen egal wurscht wurscht das scheiße so ich probiere dann nehmen wir das da guck nicht so ernst kriegt man angst die armen kinder so falsch dann war es halt das andere mit regal auf das video ist doch was ist los ok sich erstellen auch kommen was nun erstellt doch es geht nicht ach komm ach das ist doch das beschiss ach das ist doch nicht wahr so genau das geld wird ja dann arbeiten kellner komm schnell 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 schickt die und dann stelle ich den computer bestellen beheilung ach ich brauch 390 kommen wir jetzt ach das ist doch naja haben wir schon wieder verschissen jetzt wollen wir uns auch nicht mehr setzen idiot komm komm ich mache es schnell zusammen zack zack rennen dann schickt die na komm hochladen das problem beheben egal scheiße schlafen oh es könnte knapp werden oh gott drei stunden zwei ich habe es geschafft oh hilfe hilfe hoho alter ne jetzt mal nicht bewerben jetzt lassen wir es mal so äh ich muss mal einkaufen ich habe nichts zu essen Ähm, Salat Sandwich Nochmal Und noch einen Okay, und jetzt arbeiten Und wieso will ich wieder ins Plus kommen? Eine Karte, Auszüge eines bekannten Filmes hinzufügen Alles klaro Ah, gut Ich will nicht Auto waschen Was bin ich denn? Jetzt vielleicht Fachkraft, genau Ja, mach mal Fachkraft Fachkraft, nicht Fachkraft, hallo Fachkraft Okay, jetzt haben wir es drin Oh, Gott sei Dank So, ein neues Video stellen Mach mal Rezept erklären Ein Anfängermesser Kleine Pfanne Fortsetzen, weiter So, winken Unlustig Äh, das Bitter falsch Ey Richtig Riese Die ist eine andere Aufgabe Hier hin Bitter falsch Oh Es gab nix Was soll ich denn sonst drücken? Drücken wir das da Da stimmt's wieder Das da Zwei Äh Äh Äh, das da Okay, passt Eins noch Das da Wunderbar Haben wir das auch gemacht Dann haben wir schon mit die Miete drin Ja, das ist kacke jetzt, ne? Okay, machen wir das raus wieder Dann machen wir das da rein Oh Gott Äh, das da Und das Wie auch immer Das ist mal nicht so ein großes Interesse, aber egal Völlig wurscht Hochladen Okay, mache ich Danke Bitte, gerne Was ist das? Spaghetti Streifen vom Grill mit schwarzem Pfeffer und Speckstreifen Hallo, wir von Cola Coke Oh, nicht schlecht Rezept erklären Video Ein Elektroherd brauchen wir Oh Gott, wo kriegt man den her? Ach du Scheiße Wir gehen erstmal arbeiten Sonst geht gar nix So Dann nochmal arbeiten Eventbegleiter Schlafen Essen Sandwich 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 Haben wir das auch gedrückt Wirst du Okay, okay, okay Einkaufen Wir brauchen Elektroherd Schnell, schnell, schnell Schick dir Oh Gott Äh Hier Nee, falsch 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 Schielen Wie viel kostet der Elektroherd Hier 250 Ach du Scheiße Ja, komm Musst du deinen Kochtisch verbessern Willst du mich verarschen? Es geht nicht Ich hab's umsonst gemacht Oh Mann Ach, das ist doch nicht wahr Ach Ach Ach, so'n Scheiß Ja gut Dann machen wir halt Das anders Machen wir's halt einfach so Jetzt So Nicht doch wurscht Ohne dem Ding da unten Hat's einfach mein eigenes Video So Zwei Stück Brauche ich jetzt nicht Äh Hier Okay Das war schon mal richtig Okay Das da Ähm Das Rädchen Ja, mir das heißt Das da Das da Oh, sehr gut Uh Cool Hab ich jetzt nicht gedacht Dann machen wir doch das mal Sammelschneiden So rum Ja, reicht schon Genau Ja Ist auch hoch Kann man eigentlich nicht mehr anschauen hier Egal Hochladen Dann gehen wir mal schlafen Was für ein Wachsvorschlag Was war denn Keine Ahnung Okay Dann machen wir hier noch Kochtipp-Video Fortsetzen Weitersagen Und los geht's Jetzt schauen wir mal Dass wir das alles hier richtig machen Das da Sind da zwei Punkte Wunderbar Drei Punkte sogar zusammen Nicht schlecht Das da Okay, jetzt muss ich mal gucken Das da Ja Sehr gut Das hier Hier Au Und winken Sehr schön Kann man gleich wieder zusammenschneiden Okay Das passt schon mal nicht Mist Machen wir das wieder raus Machen wir das auch so Das ist für unten Machen wir das so So Und so Ah, geht auch So Alter Was ist da los Geht mal richtig ab Hier Hochladen Schön Gehen wir mal arbeiten Als Tellerwäscher Können wir gleich ein bisschen Geld eintreiben So Sandwich essen Bewerben Hashtag Das könnte jetzt richtig hoch werden Ja Sehe ich schon Ich hab doch gedrückt Was willst du Okay Gehen wir wieder arbeiten Burger Queen Gut Nee Bestimmt nicht Mach kein Tellerwäscher Hallo So weit kommt es noch Jetzt Die Burger Queen Halleluja Okay Dann haben wir das jetzt mal So Jetzt Können wir wieder Aufrüsten Oder Gucken wir mal Ob wir das machen können Aufrüsten Tastor Tastor ist ja nicht so wichtig Monitor ist ja auch nicht so wichtig Cam könnte wichtig sein Und Mikrofon Und neues Schneideprogramm Cam kann man sich leisten Das Mikrofon ist schon recht nicht Oh Gott Aber das können wir uns kaufen Final Premiere Premiere Pro Okay Kauf mal Echt das kann ich hier abholen Wo kann ich das abholen Komponente Filiale Nee Gar nichts kann man So Das haben wir schon mal Okay Kurs fortsetzen Wie wird Fortsetzen Ich habe gar keinen Wieso fortsetzen Wenn ich nicht mein hab Verstehe nicht Gehen wir mal schlafen Essen wir mal ein Sandwich Hm Nö Will ich nicht Okay Eventbegleiter Nochmal Wow 65 Geil Zack Geil 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 Okay Akzeptieren So Elektro Hier hat auch Scheiße Das gibt's nicht So Das eine machen wir noch Das eine Rezept Noch zwei Videos Und dann war's das Okay Dann machen wir ein neues Video Elektroat haben wir jetzt nicht Aber egal Geht's auch jetzt Fortsetzen Weiter Okay Wartezeit Bauen wir das da Irgendeines ist immer richtig Das hier Das Das da Das Lila Brauchen wir auch Hier ist noch mehr Lila Gut so Jetzt Lila und Ding Wunderbar Grün Können wir das nehmen Fröhliche Äußerung Da freut sich auch noch Darüber Gott Das willen Okay Zusammenschneiden Das haben wir ein besseres Programm übrigens Was reibungslose Bewegung Okay Äh So So Ne Doch so 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 Okay Sprachverstärker Spiegel Was Was ist los Okay Titel willen Machen wir doch das mal oder Oh Neuer Rekord Guck mal Oh Alles neue Level Alter Hochladen Auf keinen Fall So Das eine Video machen wir noch Kochtipp Anfängermesser Kleiner Topf Das machen wir auf jeden Fall noch Sonst muss ich gucken Dass ich hier die Punkte hier nicht wegkriege Dass ich hier alles noch bekomme Scheiße Okay Zutat Machen wir das Machen wir das Oh oh es war knapp Ne das reicht nicht Das langt nicht Ganz schön vergessen Ja Schön für dich So 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 Ja Wie auch immer Rändern Auch doch hohes Interesse Guck mal 100 Wunder mich gerade ein bisschen Obwohl es gar nicht so gut war Egal Ja Ja Ese mal was Nee Nö Kaffee Bewerben kann man nicht Nee Nicht kaufen Energy Drink Achso Stimmt ja Hm Hm So Jetzt passt's Arbeiten Und Und nochmal Arbeiten So Okay So wenn ich jetzt von beiden das Geld bekommen habe Dann höre ich auf So eins haben wir schon mal Nein Auf den noch So wenn ich von dem auch das Geld habe Dann ist Schluss Die Folge Okay Da ist es schon Alles klar Dann würde ich mal sagen Sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder Bei YouTubers live Bis dann Wenn es euch gefallen hat Macht einen Daumen hoch Abo Freut mich auch Bis dann Tschüss